Oh, das ist halt nervig, ne? Ja. Wäre ich ein Renekton-Jungle? Junge, kannst du wieder keinem erzählen, Alter. Junge! Das ist der Meme-Lord himself. Eigentlich voll dumm, Peik zu nehmen, wenn die schmale Adi hier pickt. Top-Level-Zone. Oh, ne Mew-Me. Ja, ne, ich muss jetzt erstmal... Junge, was? Ich wollte die Umi-OS-Ride spielen. Die miesen Schweine, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Das Timing war wieder. Junge, die ekelhafte Huchensöhne. Ich schwöre, kein Bock jetzt. Auf die Lane habe ich ja überhaupt keinen Bock. Jo, das versagt der Launch-Wald ist Launch-Time. Warteschlangen-Position 1000. Oh, nein. Ja, das kann jetzt nochmal ein bisschen dauern. Lange Wartezeit. Wir hatten gestern eine halbe Stunde abends. Wollen wir nebenbei Dingens spielen? Schattel ins Plus oder so? Scribbly.io. Junge, hier. Turnier-Modus Clashcat zurück. Lass mal die Bollos anmelden. Ja, Mann. Junge, Bollos war voll nice früher, Alter. Boah, Alter, weißt du, was ich heute mache? Ich würde mir heute Abend schön die ganzen alten Bollo-Videos angucken. Alter, da habe ich mich gehofft. Ey, Junge, lass die mal zusammen gucken. Ey, dann lass die doch jetzt so zusammen gucken ein bisschen. Ja, dann lass die jetzt gucken. Ja, ja, guck mal hier. Mach mal hier Dingens an. LOLL! Junge, das Timing, Alter. Junge, das Timing, Alter. Bevor wir so... Jetzt nimmt safe einer nicht an, wenn er nicht da ist. Hä, hammermäßig. Junge, das ist das Timing. Habe ich noch nie erlebt. Ich dachte jetzt schon, bevor ihr noch eine Augencapes bekommt, gleich bei den Bollos-Videos. Dachtest du, so erbarmen sie sich? Brian, nein, hört auf! Die drei können durch. Häufig. Let's go! Let's go!